Ich bin auch immer bei Netto. Es geht weiter. Tomatenmark. Tomaten passiert. Instant-Nudeln. Nudeltöpfe. Hühner-Nudeltopf. Kartoffeltopf. Erbsentopf. Ravioli und alles, was man braucht, um eventuell zu überleben. Ich habe aber noch was gefunden. Guckt mal. Da ist das Mehl-Zucker-Regal. All right. All right. Nichts, aber das finde ich schon mal richtig heftig. Ah, Nudeln. Wir gehen mal zu den Nudeln. Sieht schlecht aus, ne? Sieht nicht gut aus, nein. Nein, überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ach, das wird wieder besser. Reserven, Nudeln, Kaffeemilch, Mehl, Zucker, alles weg. Spaghetti, Nudeln, Grieß, Weizengrieß, Schnellkochreis, Langkornreis, Bosmati-Reis. Spaghetti, Schnellkochreis. Schnellkochreis, Schnellkochreis. Vielen Dank.